Überraschung nach der Nacht der Langenmesser Die Schweiz hat zwei neue Regierungsmitglieder, neben dem Favoriten Rösti zieht die Außenseiterin Baume Schneider in den Bundesrat ein, was auch mit einem mächtigen Mann zu tun hat. In Bern nennt man die Nacht vor einer Bundesratswahl die Nacht der Langenmesser. Die Schweizer Abgeordneten treffen sich dann in den Kneipen und Bars der Stadt, es wird gefeiert, und unter Umständen treffen die Politiker letzte, geheime Absprachen, bevor das Parlament am nächsten Morgen zur Wahl der Regierung zusammentritt. Immer mal wieder kam es auf diese Weise zu Überraschungen, etwa 2007, als SVP-Patron Christoph Blocher abgewählt wurde, ein großer Block im Parlament hatte sich damals abgesprochen und wählte statt Blocher seine gemäßigte Parteikollegin Evelyn Widmer-Schlumpf in den Bundesrat. Ein Affront, schließlich sind Abwahlen im politischen System der Schweiz eigentlich nicht vorgesehen. So ähnlich muss es auch diesmal gelaufen sein. Denn bei den Wahlen am Mittwochmorgen, bei denen es um die Neubesetzung von zwei der sieben Bundesratssitze geht, geschieht etwas Spektakuläres. Zwar gewinnt Albert Rösti den Sitz für die SVP, was praktisch alle erwartet haben. Doch bei den Sozialdemokraten schafft Elisabeth Baumeschneider die Sensation und gewinnt knapp vor der als Favoritin gehandelten Eva Herzog. Was ist passiert? Zur Erinnerung, das Regierungssystem der Schweiz ist speziell. In dem siebenköpfigen Bundesrat sollen alle wichtigen politischen Kräfte des Landes gemäß ihrer Wählerstärke vertreten sein. Zurzeit setzt sich das Gremium aus zwei Mitgliedern der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei, SVP, zwei der Sozialdemokraten, SP, zwei der liberalen FDP und einem Mitglied der Mitte-Partei zusammen. Die Sozialdemokraten nominierten ausschließlich Frauen. Weil im Herbst ein SVP-Minister und eine SP-Ministerin ihren Rücktritt erklärt haben, musste das Parlament nun die beiden Sitze dieser Parteien neu besetzen. Neben der Parteizugehörigkeit und der regionalen Ausgewogenheit wollen immer mehr Parlamentarier bei Bundesratswahlen auch das Geschlecht der Mitglieder berücksichtigen. Denn die Schweiz, die Frauen erst seit 1971 politisch mitbestimmen lässt, hatte bislang erst neun Bundesrätinnen und 112 Bundesräte. Die Parteileitung der SP wollte ihren freigewordenen Sitz deshalb unbedingt wieder mit einer Frau besetzen. Anderenfalls wären nur noch zwei der sieben Mitglieder weiblich. Sie rief ihre Fraktion also dazu auf, ausschließlich Frauen für die Wahl zu nominieren. Und so kam es. Die offiziellen Kandidatinnen der SP hießen Eva Herzog, Kantons- und Bundespolitikerin aus Basel und Elisabeth Baumeschneider aus dem Kanton Jura, ebenfalls ehemalige Kantonspolitikerin und heutige Ständerätin. Der Männerausschluss passte nicht allen. Offen und zufrieden zeigte sich Daniel Jositsch, einflussreicher SP-Politiker aus Zürich. Seine Bundesratsambitionen sind schon lange bekannt und so erklärte er im November seine Kandidatur, trotz der Vorgabe der Partei. Nominiert wurden am Ende trotzdem zwei Frauen und an dieser Stelle kommt nun die Nacht der Langen Messer ins Spiel. Josits Name muss in der Nacht auf Mittwoch in den Berner Kneipen ein paar Mal gefallen sein. Denn am nächsten Morgen gaben die Abgeordneten nicht nur Stimmen für Herzog und Baumeschneider ab, sondern auch für Jositsch. 58 von 243 erhielt er im ersten Wahlgang. Offenbar hatten einige Parlamentarier große Schwierigkeiten, eine Frau zu wählen, und Jositsch hatte wiederum kein Problem damit, als eine Art Querschläger aufzutreten. Sein Stimmenanteil schrumpfte dann zwar bis zum entscheidenden dritten Wahlgang, doch bis zuletzt schrieben ihn einzelne Abgeordnete auf ihren Zettel. Die Franco- und Italophonen-Schweizer sind nun im Bundesrat in der Mehrheit. Damit dürfte Jositsch die Wahl entscheidend gedreht haben. Denn eigentlich galt Eva Herzog als klare Favoritin. Bei Bundesratswahlen gewinnen üblicherweise nicht die Radikalen, sondern die gemäßigten Politiker, denen zugetraut wird, Kompromisse mit allen Parteien zu finden, so wie Herzog, die im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin ihr zum rechten Flügel der SP zählt. Josits Manöver dürfte Herzog wertvolle Stimmen aus dem konservativen Lager gekostet haben. 123 Stimmen waren im dritten Wahlgang nötig für einen Sieg und exakt so viele erhielt ihre Konkurrentin Elisabeth Baumeschneider. Als die Gewinnerin ans Rednerpult tritt, strahlt sie, bedankt sich auf Französisch und Deutsch bei ihrer Familie und dem Kanton Jura, der mit ihr zum ersten Mal im Bundesrat vertreten ist. Die Stärke eines Volkes bemisst sich am Wohl der Schwachen, das sei ihr politisches Credo, sagt sie, und das wolle sie auch in den Bundesrat tragen. Dann verheddert sie sich ein bisschen, will auch etwas auf Italienisch und Rhetoromanisch sagen, wie es üblich ist in der Schweizer Politik, aber sie hat vergessen, sich die Sätze zu notieren, so überrascht ist sie offenbar von ihrem Sieg. Das nächste Mal mache ich es besser, ruft sie in den Saal. In der ganzen Aufregung geht der erste Sieger des Tages fast ein bisschen unter. Nur einen einzigen Wahlgang benötigte der SVP-Politiker Albert Rösti ein paar Stunden zuvor, um Bundesrat zu werden, ein glänzendes Ergebnis, das allerdings auch so erwartet worden war. Rösti ist so vernetzt und beliebt wie wenige andere Politiker in Bern. Seit 2011 sitzt er im Nationalrat. Von 2016 bis 2020 war er zudem Präsident seiner Partei. Obwohl er in dieser Funktion eine der schmutzigsten Wahlkampagnen der SVP verantwortete, gilt er quer durch alle Lager als zugänglich und kompromissorientiert, eben bundesratsfähig. Er meistert in seiner Rede die Viersprachigkeit ohne Holperer und betont die Vielfalt der Schweiz und die gegenseitige Rücksichtnahme, auf die es in diesem System ankomme. Für sie alle wird die Tür meines Büros immer weit offen sein. Gegen Mittag geht der Wahltag in Bern zu Ende. Er verändert die Schweizer Regierung stärker als erwartet. Mit dem Oberländer Rösti und Baumeschneider, der Jurasyrin vom Dorf, wird der Bundesrat künftig ländlicher geprägt sein. Die arme Schweiz, die Randgebiete werden wohl öfter Thema werden. Und mit Baumeschneider sind die Lateine im Bundesrat, also die Franco- und Italophonen-Schweizer, plötzlich in der Mehrheit. Die Bank des Schweizer Surprise after the night of the long knives. Switzerland has two new members of the government, in addition to the favorite Rösti, the outsider Baumeschneider moves into the Federal Council, which also has to do with a powerful man. In Bern, the night before a federal council election is called the Night of the Long Knives. The Swiss MPs then meet in the pubs and bars of the city, it is celebrated and under certain circumstances the politicians make final, secret agreements before the parliament meets the next morning for the election of the government. Every now and then there were surprises in this way, for example in 2007, when SVP patron Christoph Blocher was voted out, a large bloc in parliament had agreed at that time and elected instead of Blocher his moderate party colleague Evelyn Widmerschlumpf in the federal council and a front, after all, deselection is not actually planned in the Swiss political system. It must have been similar this time. Because in the elections on Wednesday morning, in which it is about the replacement of two of the seven federal council seats, something spectacular happens, Albert Rosti wins the seat for the SVP, which practically everyone expected. But among the social democrats, Elizabeth Baumschneider creates a sensation and wins just ahead of Eva Herzog, who is considered the favorite. What happened? As a reminder, Switzerland's system of government is special. In the seven-member federal council, all important political forces in the country are to be represented according to their voter strength. Currently, the body consists of two members of the right-wing conservative Swiss People's Party, SVP, two of the social democrats, SP, two of the liberal FDP and one member of the centre party. The social democrats nominated only women. Because an SVP minister and an SP minister announced their resignation in the autumn, the parliament now had to fill the two seats of these parties. In addition to party affiliation and regional balance, more and more parliamentarians want to take into account the gender of the members in federal council elections. Switzerland, which has only allowed women to have a say in politics since 1971, has so far had only nine female federal councillors and 112 federal councillors. The party leadership of the SP therefore wanted to fill its vacant seat again with a woman. Otherwise, only two of the seven members would be female. So she called on her parliamentary group to nominate only women for the election, and so it happened. The official candidates of the SP were Eva Herzog, cantonal and federal politician from Basel, and Elizabeth Baumashneider from the canton of Jura, also a former cantonal politician and current member of the council of states. The men's exclusion did not suit everyone. Daniel Jozic, an influential SP politician from Zurich, was openly dissatisfied. His federal council has been known for a long time, and so he declared his candidacy in November, despite the party's guidelines. In the end, two women were nominated anyway, and this is where the Night of the Long Knives comes into play. Jozic's name must have been mentioned a few times in Bernese pubs on Wednesday night. Because the next morning, the deputies not only cast votes for Herzog and Baumashneider, but also for Jozic, 58 of 243 he received in the first ballot. Apparently, some parliamentarians had great difficulty in electing a woman and Jozic again had no problem acting as a kind of ricochet. His share of the vote then shrank until the decisive third ballot, but until the end individual deputies wrote him on their paper. The French and Italian-speaking Swiss are now in the majority in the federal council. Thus, Jozic is likely to have turned the election decisively. Because actually Eva Herzog was considered the clear favourite, in federal council elections, usually not the radical, but the moderate politicians, who are trusted to find compromises with all parties, such as Herzog, who, in contrast to her competitor, is more likely to belong to the right wing of the SP, Jozic's manoeuvre may have cost Herzog valuable votes from the Conservative camp. 123 votes were needed in the third ballot for a victory, and exactly as many received her competitor Elisabeth Baumashneider. When the winner steps up to the lectern, she beams, thanks her family in the canton of Jura, which is represented with her for the first time in the federal council, in French and German. The strength of a people is measured by the well-being of the weak, that is her political credo. She says, and she wants to carry this into the federal council. Then she gets a bit tangled up, also wants to say something in Italian and Romance, as is customary in Swiss politics, but she has forgotten to write down the sentences, so surprised is she obviously by her victory. I'll do better next time, she shouts into the hall. In all the excitement, the first winner of the day almost goes down a bit. The SVP politician Albert Rosti needed only a single ballot a few hours earlier to become federal councillor, a brilliant result, which, however, had also been expected. Rosti is as networked and popular as few other politicians in Bern, he has been a member of the National Council since 2011 and was also president of his party from 2016 to 2020. Although he was responsible for one of the dirtiest election campaigns of the SVP in this function, he is regarded across all camps as accessible and compromise-oriented, in other words, suitable for the federal council. In his speech, he masters the quadrilingualism without bumps and emphasizes the diversity of Switzerland and the mutual consideration that is important in this system. For all of you, the door of my office will always be wide open. Around noon, election day in Bern comes to an end. He is changing the Swiss government more than expected. With the Oberland Rosti and Baumenschneider, the juror native of the village, the federal council will be more rural in the future. Poor Switzerland, the peripheral areas will probably become a topic more often. And, with Baumenschneider, the Latins in the federal council, i.e. the francophone and Italian-speaking Swiss are suddenly in the majority. Professor 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 Untertitelung des ZDF, 2020